Hey, Alter! Yo, hey, check mal out, hey! Ey, was geht'n, Alter? Ey, lass'n mal ne Runde LittleBigPlanet 2 zocken, Alter! Aber voll! Ey, konkrete Geschichte, Mann! Passt mal auf hier, zeig' ich dir mal, wie Greenpeace mit so'n Scheiß rumgeht! Ja, save the whales, Freund! Okay, Alter, aber lass' uns noch einen durchziehen vorher! Ja, ich würd' mal sagen, herzlich willkommen! Yo! BigPlanet 2! Neue Runde, neues Glück! So ist das! Michi hat mir die Frisur geklaut! Ah, wat? Ich hab' angefangen! Oh, die Fabrik für ein besseres Morgen! Das Trauer-Lied von Clive Handforth! Also, was mir total geil gefällt, muss ich ja tatsächlich gestehen, was mir noch nie aufgefallen ist vorher! Weil die haben ja mal richtig trendy Musik hier im Hintergrund laufen! Das ist ja teilweise richtig modern, du! Da schau' ich's hier, gell! Das fetzt richtig! Ah! Überrascht'n ja so'n bisschen! Aber nur so'n bisschen? Ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen! Joa, okay! Ich möcht' das Spiel ja nicht in die, oh Gott, in die, in den höchsten Tönen loben, obwohl ich noch nicht mal das Ende weiß! Wir müssen ja hier gegen den Saugstauber noch ordentlich antreten, befürcht' ich irgendwann mal! Wohl oder übelst, leider! Soviel kann ich schon sagen! Ach stimmt, du weißt das ja schon! Ja, aber es ist schon lang her! Oh, das bring' ich gerade noch zusammen! Hast du denn alles noch nicht jemals gepackt? Natürlich! Natürlich! Also, das ist eine Selbstverständlichkeit! Zumindest mit einer guten Freundin! Die Musik! Traurigkeit! Ich bin ein kleiner Mann! Ich bin ganz arm dran! Oh! Oh! Und ich dachte, ich wäre am Ende, als ich von den gesättigten Fettsäuren erfuhr! Ähm! Äh! Hallo! Und jetzt hab' ich keine Fabrik und keine Heimat mehr! Hallo! Wenn mich doch endlich jemand aus diesem tiefen Tal des Trübsals erlösen würde! Oh! Hallo! Ich bin Clive! Hallo Clive! Willkommen in der Fabrik für ein besseres Morgen! Wenn es das gibt! Sieh mal an, Clive! Was ist das Problem mit den Sackpots? Ach ja! Du willst eine Armee aufbauen, stimmt's? Entschuldig! Ich schwelge in Erinnerungen! Es gab eine Zeit, da druckten wir die präzisesten Kalender im ganzen Land! Druckten Kalender und bauten große Raumschiffe! Das Leben war leicht! Uns ging's nicht schlecht! Ja, es hätte besser sein können! Schätze ich! Dann ausgesehen wie David Hasselhoff! Aber dann kam das Negative drin! Da! Der Hasselhoff! Ich wurde vernichtet! Und ausrangiert! Ja, ja Clive! Aber die Armee! Die Sackpots sind alle Sklaven im Inneren der Fabrik! Ihr müsst hineinkommen und sie befreien! Na, aber logisch! Ist dir schon mal aufgefallen, dass Clive ein Ringblock ist? Äh, ja! Und sein Körper ist ein Radiergummi! Das weißt du schon! Er hast es vorher nicht gesehen im Video! Nö, ich hab ehrlich gesagt wieder mal nicht aufgepasst! Der zittert sich einen ab, der Junge! Der klingt für mich eher, als hätte er schon 50 Jahre Rauchen hinter sich! Heiho! Heiho! Sind noch irgendwas? Ich... Wo bin ich denn? Sackgasse! Au! Da ist wieder der Monster-Gag schlechthin! Ah, da ist eine Brille! Sehr gut! Äh, wo bin ich denn jetzt? Ich wollte gerade fragen! Ach, da hinten! Ah, ich wollte... Also ganz ehrlich, die Klamotten sind extrem unvorteilhaft gewählt! Aber das Level-Team wird so durch! Kommt, das schaffen wir! Na klar! Ich muss einfach nur auf meine Hula-Armbändchen aufpassen! Hui! Halt! Da war, glaub ich, wieder was, oder? Haha! Das erinnert hier... Hast du schon mal Bioshock gespielt? Äh... Nur mal reingeguckt! Welcome to Rupture! Ah! Okay! Was ist hier drin? Ah! So, übrigens auch ein richtig geiles Spiel! War ich ja mal am überlegen, ob ich nicht mal an Let's Playen sollte! Ähm... Moment, hier unten ist auch noch was zum Einsammeln! Alter! Unten! Alter! Komm mal runter! Wir relaxen hier! Danke! So! Okay! Das ist... Ich nehm mal... Ich muss den Linken nehmen! In den Rechten kommt man ja nicht hoch, ne? So! Dann nehme ich die Rechten hier! Ist das nicht super, ne? Nein! 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 Mann, 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 Junge! Mich überfordert das hier ein bisschen! Ich bin... Ich bin... So, geschafft. Ich bewege mich hier keinen Millimeter mehr weg. Das darfst du einsammeln. Na, toll. Alle beide. Ja. Ja. Jetzt muss ich runterfallen. Jakamichi. Ja. Nein. Du wolltest nur Spannung aufbauen, oder? Na klar. Wusste ich doch, das war gewollt. Ja, jetzt kriege ich den Schwung nicht mehr hin. Ja, grutze. Fünfmal noch mal rein. Ich traue mich nicht kommen, weil ich versaue das dann nur wieder. Okay, ich hole das jetzt auch mal. So. Achtung, jetzt pass mal auf hier. Nee, die wepte fast oben. Hahaha. Ah, nee, ist klar. Du fauler Sack. Ich finde, das kann man als Sack immer so schlimm betonen. Ah. Yeah. Und hepp. Ja, grutze. Fünfmal. Tatsächlich der Schub. Ich kriege das nicht hin. Warte mal, vielleicht kann ich ja einfach von hier aus und dann, nee, das geht auch nicht. Oh, das ist, das ist, das ist richtig, das ist schwierig. Ja. Du brauchst echt den Schwung. Ja, ich bring's auch gerade nicht hin. Ja, ich bezweifle, dass ich das jemals hinkriege. Oh, das ist tatsächlich so ein bisschen Rupture-mäßig. Ich hoffe, das war gewollt, oder? Das war das bestimmt gewollt. Ich glaub schon, ja. Klar war das gewollt. Ja, sicher. Gerade Bildschirm und wir werden nicht zurückgesetzt. Ich lande im Müll-Container. Du wurdest entsorgt. Ich hab mich schon berei... Ich hab... Oh, 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 er ist wieder da. Ja, da grinst er. Die meisten hauen einfach... Wo hätten wir denn hin sollen? Wir kamen ja nicht mehr raus. Na? Eine Elektro-Kettensäge für ihr Bastel-Hobby. Den einer hat so'n Kopf abdrehen. Man ist halt saublich gelaufen. Elektro-Kettensäge sollte man halt beim Ubi einfach nicht kaufen. So. Ja, und jetzt, hä? Also hier der Pfeilsack rechts. Guck. Ah, okay. Guckst du. Ja, ist ja gut. Oh, das ist da... Hier kommt doch bestimmt gleich was. Oh Gott, ich hab mir... Grafik wachsen. Und nach oben bauen, ja? Finde ich cool. Von oben nach unten könnte ein bisschen schwierig werden. Aha. Hey, Michi. Hä? Wo waren Sie gestern noch, du... Schmeiß' mich hoch! Hat das überhaupt einen Sinn? Hä? Nein, er hat's bereits beantwortet. Hier ruft nie jemand an. Aber das kann doch nicht alles sein, oder? Nee, das muss doch irgendwie... Kann man sich hier hinhängen? Das geht auch nicht. Versteh' ich nicht ganz. Hä? Das ist bestimmt nicht umsonst da... Sonst wären ja die Pfeile da nicht. Ebenst. Schau' mal, ob dahinter vielleicht irgendwas ist. Kannst du da... Nicht wirklich, oder? Nee. Weißt du, was mir sofort aufgefallen ist, als ich diesen Raum betreten habe? Was denn? Dieses Telefon ist bestimmt nur zur Zierde da. Das könnte natürlich auch sein, aber was machen da die Pfeile dahinter? Ja... Leuchten. Ähm. Ah, okay. Oh, ho, 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 ho. Hey, hey. Ach, wir sollen die in Freiheit geleiten. Ach, ja. Ich hab Nachwuchs bekommen. Guck mal, außen die Süßen. Na, komm. Ach, die muss ich hier... Komm, 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 komm. Kleiner, mal hier. Mal schau. Ja, mach, die kann ich sorgen. Ich bin ja schon da. Und du hättest ja ruhig auch einpacken können. Ja, wenn die so schnell sind. Oh, warte mal hier. Mein, 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 mein Zack-Bot, der macht sich grad selbstständig. Da oben ist ein Schalter. Alter, Schalter. Ja, schmeiß einen von den Jungs da hin. Ja, warte mal hier. Puff, puff. Ich sag doch, schmeiß einen von den Kleinen da hin. Danke. Kommt mal hier, Jungs, hier. Ich nehm wieder ein, ich will hier einen haben. Ich bin süß, ich bin süß. Nein, nicht. Oh Gott, wo hab ich denn den hin gefeuert? Nein, ich hab ihn gebrutzelt. Ich wollte ihn doch gar nicht brutzeln. So. Oh, der Arme. Nein, jetzt hab ich dich hin. So. Ich hab's versaut. Nein. Was machst du denn? Jetzt. Ach, die rennt von mir auch weg, ne? Freunde, ran hier an den Speck. Lauft um euer Leben. Unglaublich. Ach, der wird schon kommen, oder? Vielleicht ist er neugierig und kommt dann. Das kann ja nicht sein, dass wir wie eine Herde hier vor uns vortreiben müssen, oder? Doch, doch. Dann haben wir jetzt zwei Flacken lassen. Uff. Ja. Das war eindeutig. Ja, definitiv. Ja. Mistfähig. Da waren wir jetzt zu flott. Hab ich ja zu langsam reagiert. Oh, ich wär auch viel lieber da hinten, doch die komischen Dinge hier durchgehen. Gegen die Stiga. Mann, hier. Ach, kurz. Ach, ich bin hier. Ich hänge doch hier oben. Ich schau die ganze Zeit auf den da unten. Hallo. Hallo. Ja, okay. Ich nehm, das war schon richtig. Hast du gut gemacht, Michi. Ähm, hier. Ich packe dich mal. Hier, komm. Zap, zap. Hey, allmählich. Äh, äh. Halt. Moment, was ist... Ich. Ich. Michi. Ah. Boah, das macht mich ganz kirre. Ja, die kleinen Fuzzis müssen... Ach, komm schon. Kommt noch ran hier. Ja. So. Ah, die müssen wir hier runterschieben, wenn du... Ah, jetzt haben wir was. Genau, jetzt. Warte mal, war da noch was? Warte mal, war da noch was? Warte mal, ist da noch einer hinten? Ach, guck mal, der hier. Ah. Feuer, den mal wieder hier gegen... Ja, oder feuert du mich? Lauf, 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 lauf! Boah, Bursche, geh doch an mir vorbei. So furchtentflößen bin ich jetzt auch nicht. Ah, michi! Ah, michi! Äh, ja. Ah, dann müssen wir hinten runter, oder wie? Nee, ganz normal, einfach geradeaus. Okay. Schalter. Okay, die sind schon befreit. Und dann... Okay, irgendwie sind das trotzdem extrem wenige. Ich weiß nicht, warum. Ah, Moment mal. Ich... Ah, ich bin die hier. Jetzt hauen die wieder ab. Nix da! Ja, fetz mich mal auf die andere Seite hier. Vielleicht kann ich dann den Weg freimachen. Wart. Ja. Oh, oh, oh. Da darf ich morgen wieder eine Aspirin reinhauen, du. So, ihrs. Ich kann mich wieder runter. Jetzt brauchen sie sich nicht mehr hoch, die Pfeifen. Ja, geht doch. Nein, 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 bleib doch da, wo ist das hier denn? Aber warte mal hier. Nicht mich. Ich hol mal den anderen. Okay. Da ist er. Ja. Ja. Nein. Nein. Pack ihn dir. Okay. So bleiben wir doch hier nicht, Fafa. Hune piepeln. So. Jetzt habe ich auch wieder irgendwas. Ach, guck mal, jetzt bauen sie ihn. Ich glaube, du musst das Ding hier drüber legen. Aber erst, wenn ich das hier habe. Jungs, schaut mal. Oh, nein. Das war ja eigentlich nicht geplant. Bob, was ist denn? Ja, geh halt einfach grad. Ich schaue hier schon wieder auf dich. Wo bin ich denn? Ich glaube, ich bin... Ah, danke schön. Wir müssen echt die Outfits auseinanderhalten. Ja, das ist... Das ist... Warte mal, okay. Oder müssen wir die da rüber schmeißen? Ich glaube, ja. Ah. Michael Jordan macht dich so wurfbereit. Und ein Schlüssel. Sau stark. Sehr schön. Was ist das denn? Er ärgert sich. Oh, wieder ein Zweier. Zwei Kompadres. Ähm... So, okay. Ist das... Ah, warte mal. Ich hebe mal hoch. Vielleicht hier. Juhu. Oh, lecker. Perfekt. Und runter. Das... So was begeistert mich, ja. Astrein. Elf. Zehn, zwei haben wir falsch gestanden. 15 hat ihn anscheinend haben können. Ja, die Liebe. Sie siegt. Oh, schau. Kommt alle zum Kuscheln. Ja, kommt hier, kommt hier, kommt hier, kommt hier. Oh, ich will euch knusseln. Na klar, Jungs. Ihr könnt mich mal. Macht das so selber. Nein! Nein! Level abgeschlossen. Was haben wir denn gewonnen? Müde Augen. Pflaster. Was ist das denn? Ein Sticker, glaube ich. Schau, wie sie sich freuen. Schau, wie sie sich freuen. Da kommt so knuddeln. Hier, kommt mal hier. Da, ich schau mal hier. Bye. Wie die Elmira oder Elvira. Wie heißt sie denn geheißen? Hilfe mal, Gott. Ich sprang hier. Tiny Toon Adventures. Ich werde euch lieben und knuddeln und wuddeln und schnuddeln und wuddeln und knuddeln. Ja, die Elmira war das von, ähm, Looney Tunes. Ja, genau. Looney Tunes Adventures. Das war's. So. Das ist ja auch gern. Geht's ja an. Ich will einen mit nach Hause nehmen. Da auch bestimmt Stuben rein. Ich würde aber sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge und dann hoffentlich mit unterschiedlichen Klamotten. Weil ich glaube, ansonsten dreh ich hier noch am Rad. Ja, da sagst du was. Dann treff ich jetzt. Ja, ja, ja. Sechs mal gucken wir uns den Rohrbruch an. Sehr gut. Wie war's? Wir schau's zum nächsten Mal wieder rein. Bis dann, euer Mütter. Also, unter Hobi. Ciao, ciao.